Das BMW Concept 4er Coupé. Der Beginn einer neuen Ära und Ausblick auf die vierte Generation der sportlichen Mittelklasse Coupés. Erstmals in Europa präsentierte BMW der Presse in München die neue 4. Sie markiert einen Wendepunkt im BMW Automobildesign. Mit dem neuen BMW 4er machen wir einen sehr großen Schritt. Er liegt tiefer, wirkt breiter und besitzt unglaubliche Präsenz und Dynamik. Damit nimmt er ästhetisch gesehen eine sehr starke Position ein, da war eine neue Nomenklatur nur konsequent. Ein betont sportliches Outfit, ein individueller Auftritt und eine ganz eigene Persönlichkeit. Das BMW Concept 4er Coupé setzt sich deutlich vom BMW 3er ab. Es knüpft an die großen Coupés der BMW 6er und 8er Reihe an und reiht sich ein in eine lange, erfolgreiche Tradition. Der BMW steht für Sportlichkeit und Eleganz und die Coupés haben das in unserer ganzen Designgeschichte eigentlich am deutlichsten dargestellt. Mit seiner eleganten Ästhetik, herausragenden Dynamik und dem ideal abgestimmten Design setzt sich das BMW Concept 4er Coupé an die Spitze im Premium Segment. Der Unterschied von 4er zum 3er sind sehr groß. Also die Karosse ist eigentlich fast völlig neu, die Proportionen sind neu, der 4er ist deutlich breiter und flacher. Es ist für uns als Designer eine Art Perfektionismus der Proportionen geworden. Diese dynamische Charaktereigenschaften, diese Eleganz auszudrücken im Design, das ist gleichzeitig die größte Herausforderung und es ist wirklich eine Aufgabe, die unheimlich viel Spaß gemacht hat. Insgesamt länger, breiter und tiefer ist das BMW Concept 4er Coupé. Auffällig ist seine Front durch die BMW-typische Doppelniere und die extrem flach gehaltenen Doppelrundscheinwerfer. Die Silhouette des BMW Concept 4er Coupé fasziniert den Betrachter vor allem durch seine elegant abfallende Coupé-Dachlinie. Sie schafft einen weichen Übergang ins Heck und betont somit auch optisch seine besondere Sportlichkeit. Ebenfalls Coupé-typisch die großen rahmenlosen Türen, die flache Seitenfenstergrafik und der prägnante Rufmeisterknick am Fuß der C-Säule. Hinter den vorderen Rathäusern befinden sich erstmals Airbreather in den Kotflügeln. Diese aerodynamisch wirkungsvollen Kiemenöffnungen bewirken im Zusammenspiel mit dem Aircurtain eine Reduzierung des Luftwiderstands im Bereich der Vorderräder. Exklusivität und technische Finesse versprüht auch der Innenraum. Dank des von BMW individual entwickelten Farb- und Materialdesigns. Wir halten Fans auf der ganzen Welt. Von den bisherigen drei Coupé-Generationen haben wir 1,3 Millionen Fahrzeuge verkauft. Es gibt schon viele überzeugte Coupé-Käufer, aber wir werden noch viele weitere Neukunden erobern. Das BMW Concept Vira Coupé. Es ist ein Statement dafür, wie sich das BMW-Design zukünftig evolutionär weiterentwickeln wird.